Gigi Endersen im Möbelhaus Finke in Kassel am 04.04.2015, aufgenommen von Tuber Host 1. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Sehr schön. Guten Morgen, guten Tag. Guten Tag. Ich weiß, es sind alle nicht mit mir da. Deshalb machen wir das einmal kurz und schmerzlos. Für Sie, für mich. Danke, dass ihr alle recht herzlich gekommen seid. Und zu uns, zur neuen Präsentation von Gigi Endersen, seiner CD, die Sie nachher auch handsigniert von ihm noch haben können. Ich weiß, dass er da ist, Sie haben ihn auch schon gesehen. Ich will Sie einfach nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß heute bei uns mit Gigi Endersen. Bravo. Guten Morgen. Danke. Alles gut? Ja. So, wir fangen an mit Mädchen, Mädchen. Ich darf den Platz stellen. Die Mädchen drücken sich die Nase laut. Hör eine Freundin, wir laufe Südlis an. Mädchen, Mädchen, Haare und Treufe. Mit dem Wolken, die wir spieren, sie fliegen. Denn sie wissen doch, wie wir dem Modelsparadies. So viel Applaus für so'n kleinen Kerl, also, hervorragend. Gestern kam mein neues Album auf den Markt. Ach hier, da ist es ja. So, also wir haben wirklich alle, alle, alle meine titeligen 30 Jahren, mache ich das jetzt, 30 Jahren G.J. Anderson, haben wir alle neu aufgenommen, neu produziert, neu gesungen und alles, was ihr hier jetzt hört, diese 1, 2, 3, 4, 8 Lieder, haben wir auch natürlich neu eingesungen und da gibt es also wirklich alles mögliche. Was haben wir denn? Wir haben die normale CD, wir haben die Doppel-CD, wir haben die Feel-Box, wir haben eine DVD. Also, ich meine, es ist Ostern, ne? Nehmen wir sie mit für die Oma, die freut sich. Ja, natürlich. Ich klatsche, wir gehen mal vor. Da ist es Ostern! Das darf natürlich auch getanzten werden hier in Ödenhorn. Das darf natürlich auch getanzten werden. Dein Lachen weckte dich, Mama Lorraine. Goodbye, adios, auf Wiedersehen. Die Zeit, hier bei dir war wunderschön, zurück zum Mama Lorraine. Ja, hervorragend! Hat zufällig jemand Carmen Ebel gesehen gestern? Und war okay? Ja, meine Haare lagen ein bisschen komisch damit aus. Ich habe auch auf dem Album, also ich habe, alle Titel sind natürlich von Gigi, also von mir, und alles neu produziert und ein Lied liegt mir besonders am Herzen, was nicht von mir ist, aber ich habe das Lied geschrieben und zwar für Roland Kaiser Lieb mich ein letztes Mal! Sagst nicht ein Wort und eine Hand, es schneid Träne vor. Lied war Zeit für dich, ich lebte nur in meiner eigenen Welt. Schenk mir die Zeit, die uns dann bleibt. Schenk mir die Zeit, die uns dann bleibt. Das ist kein Wunsch, nicht nur in meiner eigenen Welt. Das ist alles sauber vom Album. Kann ich Ihnen die... Ich meine, ich habe zwei Hitzx. Es ist ja unglaublich. Aber ich habe wirklich keine Brille. Hat meine Läsung oder Brille? Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Und was ich war nicht, denn ich habe wirklich keine Brille. Das war nichts. Aber ich habe wirklich keine Brille. Das war nichts. Oh, guck mal! Also, Sommernacht in Rom, küss mich in den Himmel, Santa Lucia, lieb mich hier letztes Mal, gib mein Herz zurück, Mädchen, Mädchen, Sommer seine Cabrio, heut, heut, geh sonst gut, träume Lügenlicht, weiße Rosen, schenk ich dir, eine Nacht in die Zeit, cheerio, na na na, Nächte aus Gold, San Valentino, die Sterne von Rom, am weißen Strand von San Valentino, ja, ja, ich bin so treu wie Gold, ich hab's gewusst, äh, Ticket nach Arbeit, nein heißt ja, wenn man, ich glaube an die Zärtlichkeit, und dann nehm ich dich in meine. Alles drauf, also, äh, wie gesagt, ähm, die Brille bis jetzt los, 15 Euro kostet die einfache CD, das sind auch längst drauf, dann gibt's sogar eine Doppel-CD für 20 Euro, die Vierer-Box, oh, Vierer-Box, lieber Gott, da könnt ihr ja wirklich Tag und Nacht Gigi Anderson hören, äh, die kostet 30, und die DVD kostet 20, genau. Wir machen also am Anfang erstmal, sollte bitte sich jeder anstellen, der etwas, eine CD kaufen möchte, dann kann ich das erstmal alles schön signieren, und zum Schluss, bleiben dann bitte die übrigen, die kriegen dann auch noch eine Autogrammkarte, ich hab schon ungefähr 5000 Stück vorgeschrieben heute, frohes Osterfest, und, äh, ja, entspannt, und wie gesagt, nehmt ein Album mit, dann nehmt ein ZD mit, dann geht's euch Ostern viel, viel, viel besser, und, äh, ich sing jetzt noch meinen größten Erfolg, Sommernacht. Oah! Ich sing noch nicht! Oah! 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 Ich steh' hier, im alten Baum. Sommernachteshore Diese Traumme bleiben, die Sterne nebem. Und am Morgen, als wir erwachen, ging mir noch einmal den Weg. Der letzte Mal, der letzte Mal, nie verhebt für uns zwei. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.